... dass nur eine ganz große Fünfte der Welt machbar sein. Also diese Aufgabe kann sie sicherlich lösen. Auch hier, auf 50 Stück, da werden sie das genau. Man kann auch sagen, dass eigentlich nur zu den Fünfte der Welt der Welt gehört. Jetzt bitte ich Sie nochmal um einen großen Applaus für unseren Gast aus Schäklin, Monika Mikrom. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.